Hi lieber Stefan und Isi von der Outdoor Family Adventure. Hier ist meine VA für euch. Ich habe mir gedacht, wenn ich sowieso schon hier bin, dann kann ich es auch gleich hier machen, hier in den Alpen. Leider erst beim Abstieg hier. Oben ist mir meine SD-Karte leider voll geworden. Deswegen muss ich es mit dem Handy hier filmen. Aber ich denke, Stefan, hier mit den Kühen im Hintergrund und das schöne Panorama hier ist es wohl trotzdem eine würdevolle VA für dich oder für euch. Und ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Also der Vorgeschmack ist quasi das Hauptvideo. Aber dieses Video ist hier dann die VA für euch zum 500. Abonnenten. Nochmal hier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Macht weiter so. Bleibt wie ihr seid. Und ich sage dann nur noch, tschau. Macht's gut aus dem Alpen. Beirgert mich, die lässt mich nicht vorbei. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.